ARD Text im Auftrag von Funk Schlechter natürlich, da ist doch einer Hier auf Endor, auf dem Weitmond Und wir versuchen natürlich heute wieder alles rauszuholen Wie immer Schaffen wir auch Aber Wie gesagt, deswegen bin ich auch noch sehr Ich habe auch keine Proberunde gespielt Es geht direkt Ins Spiel Deswegen verzeih nur bitte Diese eventuellen Schade Wir sichern einen Kontrollpunkt Das ist schon mal sehr gut Wahrscheinlich habe ich mir jetzt mehr Verstand als Glück Mehr Glück als Verstand natürlich Er buckt rum Okay, das war's Ja, sehr schön Wir übernehmen einen Kontrollpunkt Sehr gut Wir übernehmen wohl einen Kontrollpunkt Oh, das habe ich nicht gesehen Da kommen sie raus Okay 823, 3, 1 Das ist ja noch so weit Okay Dafür, dass es jetzt echt die erste Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz Wir rücken natürlich wieder vor Wo sind denn hier Gegner Kontrollpunkt wird gesichert Okay, da war einer Die nascht mich locker Jo so wir übernehmen einen Kontrollbocken wir müssen sie aufhalten oh gut Glück oh danke mehr Glück als Verstand oh schade vom Detonator wurde ich genascht Platz 13 immer noch einfach nicht so viel am Stissel obwohl das 13 ja im Prinzip nicht schlecht ist es müssen jetzt mal Gegner kommen da oh Glück 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 oh Scheiße Tick die Köpfe ein Abitalangriff jetzt paced dieser Scheißer noch weg wir besitzen einen Kontrollbocken er ist direkt vor meinem Po komm 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 lange nicht mehr Battlefront gespielt aber wir kontrollieren das Schlachtfeld durchhalten wir schaffen das doch das schaffen wir auch und wo kommen die Schüsse und hier und hier dachte ich doch nicht das ist zwar alles der gleiche wo du gerade siehst 7-3 das geht noch klar den habe ich geholt Boah das war wieder krass vertreide ich den Kontrollpunkt überlasst ihn nicht dem Imperium recht schnell doch am Stissel wo du da was w Moment fällst mir dasselbe ein bald kann ich mir auch den RUDYANA verteil dich den Kontrollpunkt sonst fällt er dem Imperium in die Hände Das ist ja auch ein schönes Schutzschild. Oh. Aber... Ich weiß jetzt nicht, ob das nötig war. Ist auch egal. Darth Vader! Ja, hab ich keine Chance. Wir rücken vor. Wir rücken immer noch vor. Wir erobern den letzten Verträumpunkt. Boi! Hey! Ich hasse die Granaten, wenn sie da immer ihre Granaten reinwerfen. Komm. Commander Skywalker ist eingetroffen. Verbündeter gefangen. Schön. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt. Oh, Lucky Punch. Scheiße, ruf du jaja. Okay, hier ist einfach das gewesen. Stoppen! Ich käme einfach mal auf der imperialen Station rum. Es ist dabei, einen Kontrollpunkt zu sichern. Kann man ja im Prinzip mal machen. Sobald ich jetzt... Okay. Okay. Es geht Richtung Nacht. Glück gehabt. Aber... Geholt. Kalpatin wurde in... Kalpatin wurde in... Kalpatin! Kalpatinis! Oh, Glück gehabt! Auch hier! Ja. Sorry. Keine Chance. 15-7. Ah, okay. Einige sind sehr, sehr gut unterwegs. In 10 Minuten 30 Kills. Das ist toll. Die Sturmtruppen überleben einen Kontrollpunkt. Wir müssen sie aufhalten. Da ist der Imperator. Oh, Intelligente. Da hat jemand erstmal mit einem Impuls verschissen und dann nascht er mich doch verdient mit der Intelligenten weg. Aber ich kümmere mich natürlich trotzdem weiterhin um Feinde. Ah! Man merkt... Ich hab das lange nicht mehr gespielt, aber... So schlecht sind sie. Tyva ist auf 12 Uhr. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu übernehmen. Was kann ich einfach nicht rausgehen? Ooooooh! Sehr schön! HÖHER AUF, JETZT! Kontrollpunkt wird gesichert. Wo? Wo? Oh, das ist der eroberte Bereich. Komm raus, Tuber. Ah, er nascht mich mit der Intelligenten tatsächlich weg. Platz 9, naja, aber das geht doch noch. Wir haben vielleicht nicht, aber im Prinzip haben wir ja konstant Typen weggeholt. Vielleicht nicht so viele wie sonst, aber... Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Ich habe jedes direkte Durell gewonnen. Fast. Och komm, wir stehen am Möll. Wir haben den Imperator besiegt. Wir wimmeln den Parteien. Kontrollpunkt wird gesichert. Ich sehe aber gar keine Freunde da. Wieder nur Assist. Noch eine Minute. Oh Mann, das hasse ich. Mann, das regt mich so scheiße auf. Mann, das ist irgendwie... Dieses dunkle regt mich auch noch mehr auf. Lappen. Lappen. Oh, wie mich das aufregt! Verdammt! Verdammt, das kann doch nicht sein! Ich meine, ich renne schon weg und dann... Sie müssen sich stoppen! Ich... Laut unserer Scanner ist der Imperator eingetroffen. Seid vorsichtig! Der hat mich gerade genascht, dieser Himmler. Commander Skywalker ist eingetroffen! Ja gut, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Folge Star Wars Battlefront hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Bis dann, Leute! Ciao! Ciao!